Eine Sentinel-Patrouille hat sich nicht mehr gemeldet. Ich möchte, dass Sie herausfinden, was passiert ist. Okay, bin unterwegs. Krieg ich hin. Das ist die Sentinel-Patrouille. Keine Überlebenden. Sie müssen ihre Signer besorgen. Oh, ich habe schon so lange nicht mehr gezockt. Die Time-to-Kill war ja so unsagbar hoch. Zack. Easy-Rack. Sie haben ein Signum gefunden. Und Energie. Merci. Yo, entspannt euch. Ich sehe gerade, dass Abwehr mit dem Schild gibt auch übelst Punkte für die Super. Mit eurem Scheiß-Schild immer. Komm schon, verreck. Verreck, bis du tot bist. Nein. Weil ich einmal die falsche Taste drücken musste. Scheiße. Ey, was ich für Munition brauche, um den einen Kerl zu besiegen. Komm. Das ist wirklich nicht mehr feuerlich. So. Alter, Falte. Was ein Krampf. Nur weil da so zwei Typen Schild sind. Ach ja, hier. Vorsicht, da kommen Wölfen näher. Worte, sie haben noch Kraft zum Kämpfen. Da kommen Wölfen. Sag doch einfach Wölfe. Das geht nicht so behindert. Die Wölfen. Wölfen von Herz & Key. Die Wölfe skien. Ah, da liegt er. Gut. Sie haben ein drittes Signum gefunden. Ich war gerade so ein... Das ist eine Lupe. Was ist das? Ah, Säure. Da liegt der letzte, oder? Ja. Das ist das letzte Signum. Nach ihrer Rückkehr sollten sie archiviert werden. Wenn sie schon mal da draußen sind... Eine Gruppe Sentinels hat eine Gefahr für das Vorinsvisier genommen. Ihre Hilfe wird benötigt. Wenn sie schon mal da draußen sind... Ich bin dran. Mach doch gleich noch mehr Drecksarbeit. Hey. Phil. Phil. Also, ich sehe an dem Baum irgendwie gar keine Nachricht. Sehr kryptisch. Du musst also ein Treuer geben, naja. Na, sehr gut. Dann machen wir weiter. Hey, Jungs. Was geht ab? Hier ist der Angriffsort. Die können einfach weg. Stink ich? Oh, schub doch nicht so. Ja, ja. Ich habe die ganzen Drecksarbeit. Skorpel bedonen. Höchst zu sterben. Bugs. Schießt zu hoch. Alter. Ich werde jedes einzelne Ei hier vernichten. Ah, das sind mal so christliche Bugs. Hier im Kreuzfeuer. Ja, ich weiß. Der war so schlecht. Das war das letzte Skorpidon-Ei. Das ist alle geschlüpft. Beseitigen Sie sämtliche aktive Gegner. Aber die aktiven. Eigentlich sind das ja nur Insekten, also keine wirklichen Gegner. Vorsicht, Ihre Flanke. Die Tiervernichte. Wenn er eingefroren ist, mache ich dem keinen Schaden? Wie used ist es dann die Fähigkeit? Beeindruckendes manövrieren, Freelancer. Äh. Danke. Ich bin immer mit Fiekt-Waffenwechsel. Ich habe zu lange nicht mehr gezockt. Na, sag das nicht zu mir. Ich überlebe das schon, aber die Jungs hier machen schlapp. Ich danke Ihnen. Gebt mir eure EP. Ne, ne, geh weg. Meine EP. Wo ist der hingelaufen? Sie haben es geschafft. Gute Arbeit. Es hat sich noch etwas ergeben. Sie müssen sich mit einem Sentinel-Team im Einsatz treffen. Es hat sich noch etwas ergeben. Ich bin unterwegs. Hm. Das war jetzt überhaupt nicht vorausdeber. Danke für die Hilfe. Alter, wie die mich schubsen. Gehen Sie die Sprengsätze. Nutzen Sie sie, um die Waffellage der Scar hochzujagen. Wird erledigt. Sprengsätze, Sprengsätze. Hinter mir. Das hier Sprengsätze. Hinter mir. Das hier Sprengsätze. Ah, das da aufheben. Da platzieren. Bombe wird scharf gemacht. Bleiben Sie in der Nähe, bis sie fertig ist. Ja, einfach ein bisschen chillen. Fertig. Wie süß. Bam, bam, bam. Und er muss noch mal eine Mine schmeißen. Blutkopf. Und die nächste Location. Wieder ein Toter. Oder Besiegte. Warum die angeblich so eingebildet sind, kapier ich auch nicht. Die sind super schlecht. Vor allem, ich spiele ja nur aufs Schwer. Aber was machen die bei den anderen Schwierigkeitsgraden? Da kappen die ja richtig ein. Oh. Keine Munition. Bam. 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 Ja, für Massenvernüchtig ist diese Waffe echt gut. Ja, make it hard like the rumors on fire. Es werden immer weniger. Obwohl, eigentlich brauche ich die Jungs ja gar nicht zu besiegen Jaaa, so wie schon die ganze Zeit Erstmal aufstehen schießen Ach hier ist die letzte Dose Da runter Du kamst aber nicht allzu weiter Na Hallo Äh Warum geht das nicht Zurück im Geschäft War das am Schild Ich muss auf jeden Fall die breite Masse hier auslöschen Ey, ohne Scheiß Die Jungs sind so useless Ich lass die einfach mal liegen Und fertig Und fertig Vernichten Sie sie Ja Na gut, jetzt kann ich mir die letzten Punkte abholen Gut Das Schild bringt doch was für hinter mir Hätte ich jetzt nicht gedacht Die Linie ist ja hinter mir explodiert Ich hab keinen Schaden bekommen Oder Minimal Aha, einer noch Jungs, Jungs, Jungs BAM BAM Was hast du denn für Zuckung Der andere Oh, er hat ein perfektes Schild weggemacht Das war der letzte von ihnen Sexy Sie Sie haben den Sentinels heute wirklich geholfen Danke Das werden wir ihnen nicht vergessen Irgendwo sagt, ihr werdet das schon vergessen Zurück im Geschäft Back in Business, Baby